Wir bei DM Drogeriemarkt haben natürlich die Aufgabe, dass wir jedes Jahr ca. 160 bis 170 Märkte umbauen und wollen auch in diesem Zeitraum unseren Kunden eine Möglichkeit geben, weiterhin bei DM einkaufen zu gehen. Dann sind wir natürlich auf die Überlegung gestoßen, wie können wir da eine Möglichkeit bieten, auch an den verschiedenen Standorten individuelle, modulare Konzepte zu entwickeln. Wir sind natürlich froh, wenn wir Partner haben, die uns alles aus einer Hand anbieten, wo wir sozusagen als Key Account zurückgreifen können, die Kompetenz in einem Haus sehen und wie gesagt einen Ansprechpartner für die entsprechenden Themen haben. Wir haben jetzt hier im Rahmen der Sanierung des Marktes in Baden-Baden eben dieses modulare Konzept aufgestellt und haben uns da im Vorfeld mit der Firma Altschico auch beraten und gemeinsam dieses Konzept definiert. Ausschlaggebend für uns war die Mitgestaltung auch bei der Ausführung, auch bei der Ausbau des Containers. Wir konnten sozusagen unsere DM-Standardgewerke, Boden, Decke, Innenraumgestaltung mitbringen und konnten die dann auf dem Betriebshof der Firma Altschico ausbauen und der Container wurde dann termingerecht für uns in Baden-Baden aufgestellt. Die Zusammenarbeit mit Altschico war sehr partnerschaftlich, sehr konstruktiv und sehr modern. Wir konnten uns einbringen und Ideen weiterentwickeln und haben infolgedessen denke ich ein sehr gutes und sehenswertes Testprojekt hier realisiert.